ist ja nicht so dass wir nichts haben wie viel kohlen haben wir 33 ich brauche immer ein stück zu gunther muss ich auch mal eben fünf körper barren so weißt du was stein verdammt auch stein stein habe ich viele viele steine so ein ofen noch ein ofen weißt du was so freunde jetzt wird hier aber erstmal ordentlich abgefeuert wir bereiten schon mal alles vor für den winter im winter kümmern wir uns dann darum dass wir unsere werkzeuge aufrüsten können und so heute machen wir uns ruhigen während wir warten dass dort fertig wird hey kommst du her jung oh feiner mr wein hab ich den schon gestreichelt so felder sind auch gegossen die ganze ernte ist erntereif so Oh, jetzt habe ich noch einen. Gut. Ja, wir müssen weiter. Gehen wir aus dem Weg. Ah, Hund! So. 15. So. Brauche ich noch einen Quarz machen? Nein, doch. Was? Ja, der brennt aber am längsten. So, wir gehen mal schnell Lea besuchen. Was arbeitet ich jetzt wieder? Das braucht nämlich wieder ein bisschen länger. Morgen ist eben so ein Fest. Vielleicht geht Lea ja mit uns auf dieses Fest. Na, Elliot? Alte Säge? Hello. Hallo. Ich habe hier einen Salat. Oh. Okay. Äh, Entschuldigung. Dann, äh, wie geht's dir? Stimmt, der Fluss in der Nähe hält das Haus im Sommer ein bisschen kühler. Ja, das ist doch schön. Ich vertrag die hohe Hitze nicht sehr gut. Ah, ich verstehe. Na, Elliot? Alte Säge, wo du gerade aber hier bist? Ja, seine Haut ist zu empfindlich für die starke Sonne. Aha, aha, aha. So, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Hier oben. Das klang, als wäre was fertig. Meine Saftsauger da sind immer noch nicht so weit. Was du hast, hast du. Was du kriegst, weißt du nicht, ne? Von daher. Iron Ball. Quartz Ball. Warte mal, sortier das mal. Hilft mir auch nicht. 15, 15. Ah, ich bräuchte noch ein bisschen Copper. 15. Eigentlich brauche ich nur diese beiden Sachen hier aufrüsten, ne? Hm. Was ist das? Eisen. Verdammt, die Kiste ist voll. Du hast doch noch ne andere. Stimmt. Mann, hast du ein Kram. Kram. Damit kann ich Bäume pflanzen. Alter, dann könnte ich mir auch schon riesen Baumbestände hier machen. Hier kommt nix. Hier kommt nix mehr, ne? Hm. Ah, Moment. 33.000 Gold. Das ist, äh, ordentlich, sag mal, ordentlich. Tja. Tja, was machen wir? Pam ist durstig. Kauliflower, schaffe ich nicht mehr. Tja, das wird bis Frühling warten müssen. Yay. So. Da haben wir dann erstmal ein bisschen schön vor... Mist. Mist. Irgendwas, was ich verkaufen kann? Na, das behalte ich mal. Zapp könnte ich auch verkaufen, ne? Aber das kann ich auch selber nutzen. Driftwood. Das ist Müll. Toll. Ja, gut. Gut, 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 gut. So. Zack, zack. Zack. Es ist ja schon wieder so spät. Ach, der Schmied hat ja schon zu... Gott, hier hab ich ja auch noch so ne Menge Zeug. Oh. Äh. Oh, ne Blume. Gut, was machen wir jetzt mit der Restzeit? Wir haben ja noch Energie, Energie, Energie. Wir bereiten uns auf den Herbst vor. So. Dä, 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 Dä. Die. So. Äh. Okay. So. Ja, das ist eigentlich nur noch hier Zeitfahrtrödeln, die Energienutzen, die wir noch haben. So, halbe Energie haben wir noch, äh, äh, erst mal den Baumstumpf hier weg, halt. Natürlich fällt mir alles ins Wasser, ach, das ist doch, so. Ich bräuchte eigentlich mehr Holz. Stein hab ich doch erstmal genug, oder? So, der noch. Neun Uhr, ach, ich glaub wir gehen heute mal ein bisschen früher schlafen, ne? So, das hat sich doch schon wieder mal gelohnt. Wo kommt denn die Kohle her? Aus der Erde? Halt, 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 halt. Nein, 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 da. Gold, ich hab keinen Goldbarren. Verdammt, wo krieg ich denn einen Goldbarren her? Kann ich mir meine Kohle demnächst selber machen? Klar und sonnig, perfektes Wetter für den Tanz im Mondlicht. Ah, ah, das startet spät abends, okay. Vielleicht tanzt ja diesmal jemand mit mir. Jo, Ernte. Also Melonen sind der absolute Sieger. Im nächsten Sommer gibt's nur Melonen. Guten Morgen, guten Morgen, la 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 la. Ich hab Post. Heute wird das Event stattfinden um 10 Uhr. Ach, das sind Vögel. Das ist gar kein Tanz. Ja, ich werd auch da sein. Eine gesellschaftliche Festivität. Ein Ereignis. Da darfst du auf dem Dorf nicht fehlen, sonst hast du... Ist nicht gut. Ist nicht gut. Guter Mann. So. Da, 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 da. So, was machen wir denn bis dahin? Wie? Halt. Aha. Da kann ich mal den Strand aufräumen gehen. Früh morgens, 12.07. Lalalalalalalala. Toll. Kann hier nicht mal zum Strand. Ja, Horst. Äh. Soviel dazu. Oh. Tach. Letztes im Kopf. Bräuchtest du es nicht in de Beine. La, 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 la. Und das hab ich auch grad gesehen. Obwohl es eigentlich Peng ist. Das verreckt mir eh jetzt. Ist ja, äh, Sommersaat. Und heute ist der 28. Das heißt, morgen fängt der Winter an. Äh, der Herbst. Ah, la, la, la. Ach, das Spiel macht schon Laune. Obwohl mitunter ist so viel, äh, Bauer arbeiten da doch schon, äh, äh, stressig. Stressig ist das falsche Wort. Es ist, äh, ja, man muss mit seinen Kräften haushalten. Und man muss echt drauf achten. Aber es macht echt Spaß. Von daher. Würde ich sagen, relativiert sich das. Wir gehen erstmal zu ihm hier. Hallöchen. Drei Steine. Aha. Boah, was haben wir denn da? Ach so, Schleim. Ich dachte, wir werden Hundenapf. Jütli. So, mein Freund. 2000 Gold. 5 Copper Bar. Okay. Ja, a few days. Definiere mal a few days. Sorry, das muss ich alles spenden, bevor ich's dir verkaufe. Na? So. Habe ich hier schon eine Schriftrolle donated? Ne, aber hier, erstmal hier. Schleim. Das ist ein Zwergenhelm, da kommt hier eine Zwergenschriftrolle. So. Gebt mir die Belohnung. Sternenfruchtsamen ein. Na gut. Danke. So. Kann er nicht wissen, ne? Joja Cola? Nein. Zum Joja Markt gehe ich aus Prinzip nicht. Gut. 11 Uhr. Na, Hayley? Emily kocht normalerweise das Essen, aber sie macht so seltsames Zeug wie Quinoa. Und wo wolltest du jetzt hin? Du kannst zum Strand. Aha. Ja, der, der Hinzugezogene wird außen vor gelassen, oder was? Super. Ganz toll. Hi. Was soll ich nur tun an einem so warmen Tag? Ja, äh. Wir könnten schwimmen gehen. Ja, na klar habe ich Ideas. Ich habe eine Menge Ideas. Nein. Hi. No, ich will nichts. Keine Sorge. Na ja, wir kennen uns doch. Hi Marnie. Wie geht's dir? Ernsthaft? Das ist die Shorts. Bei Marnie im Schlafzimmer. Bürgermeister. Ja toll, ich komme da nicht. Gut, das ist sie ja. Ja, ähm. Gern geschehen. Hat das geholfen? La 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 la. Nö, natürlich nicht. Na ja, es geht, ne. Der Freundeskreis erhebt sich so langsam. Verdammt. Lea. Lea. Lea, warte. Lea, wo gehst du hin? Ja, ich habe ein Brot. Ja. Ein Brot. Ich habe ein Brot gefunden. Verdammt. 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 Das war cool. Im Vorbeigehen war ihm so ein Brot gezogen. Guck das aus dem Müll einmal raus. So, ja, Brot. Na ihr. Ha, Lea. Hey, nein. Ach nee, ist Jodie. Ah, du findest schon was Tolles. Hi Opa. Ist dir nicht kalt? Früher, ja, früher waren die Pullora besser. Ja, das stimmt schon. Genau, relaxen und positiv denken. So kann man einen Tag doch gut verbringen, Mensch. Äh, nein. Das kann ich mir leider nie leisten. Tut mir leid. Da kann ich leider nichts zu sagen, weil, äh, ist so. Ist heiß hier drin? Ich bin immer gespannt, was du im Herbst anzubieten hast. Wieso sollte ich das hier kaufen? Wenn ich da die Samen habe, die ich umsonst kriege. Weil das andere Baumsorten sind. Ah, ist Abigail eigentlich da oben? Ah. Es ist voller Kleidung. Da ist ein Schwert unter den Klamotten versteckt. Der Lungert hier im Zimmer rum, während sie nicht da ist. Was bist denn du für ein Typ? Schnell wieder raus. Tschüss. Tja, nur. Dam, dam, da, dam. Hi. Ach komm, mit Maru können wir auch mal sprechen. Ja, bei mir sind die Pflanzen alle immer interessant. Ja, dem, ja. Gut. Verdammt. Das sieht die. Eigentlich laufe ich jetzt nur noch genervt hier rum. Verdammt. Ah, Bürgermeister. Ich habe übrigens deine Hose gefunden, du kleiner Schlingel. Aber ich komme da nicht ran. Ja. Verdammt. Das hättest du mir eher sagen müssen. Ah, der mag Blaubeeren. Und ich habe die alle vertickt. Shit. Ja, ich bin nur wegen dir hier. Ja. Ach, noch fünf Stunden, Mensch. Was machen wir denn so lange? Hm, mal hier ein bisschen stalken. Ja. Ja. die mine lohnt sich nicht großartig was zu tun ist hier auch nicht ich hoffe das heu wird nicht schlecht und ich bin mal gespannt ob das jetzt hier nachwächst weil ich habe das ja hier ausgebracht schön dass die sense verbraucht keine energie weiß nicht viel so die felder hier kommt auch nichts bei dem sirup mehr ums eck geht das nur einmal das wird natürlich lade was ist wenn einer melonenmarmelade mag habe ich gehabt bis nächstes jahr wagen ich brauche jeden pfennig man nutzt den sommer um sich auf den winter vorzubereiten brot ich habe brot das kann ich auch verkaufen warte mal wenn die abigail ein schwert hat und immer von den höhlen redet dann muss die doch sowas hier mögen ich muss mal nachgucken das kann man bestimmt irgendwo nachlesen brot melonen haben eine mordkohle gebracht hammer harmsart Arme hart.